Hey und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video diesmal. Ihr seht's hier oben schon, Diss Track an ganz YouTube Deutschland, hab ich auch in dem Titel gesehen. Alter, ich muss jetzt einfach mal loswerden. Revi hat ein Video hochgeladen, wo er rappt und Diss Track macht. Da geht er so auf einige Sachen ein, was 2017 war. Klar, er erwähnt auch Tanzverbot, weil der hatte ja auch vor kurzem so eine Reaktion, Diss Track, ja keine Ahnung wie man das nennt, gemacht. Doch was ich halt jetzt loswerden möchte, wieso macht das jeder Mensch? Ich meine, Revi hat am Ende noch gesagt, an der Stelle, dass es eigentlich nur ein Spaß war und so. Aber es ist doch eigentlich unnötig, oder? Warum muss ganz YouTube jetzt anfangen, auf Hater und so zu reagieren? Und Revi, ähm, hat damit ja, der macht das als Jahres-Rap-Blick sogar. Ähm, aber dann soll der einfach ganz normal irgendwie zocken oder so. Äh, Revi, ähm, macht zwar auf Logs und zockt, aber ich würd sagen, tatsächlich, dass Zocken ihm mehr liegt. Ähm, ich guck ihn. Ich hab das auch in der Abo-Box gesehen, weil ich so ein paar Leute gucke, die bei Empire oder Craft Attack oder so mitmachen. Ähm, und ja. Dieses Video dient eigentlich nur dazu, um als Klartext zu reden. Und zwar find ich das einfach richtig beschissen. Warum macht das jeder? Bei Tanzverbot dachte ich mir das so, ja gut, der wurde halt auch viel gemobbt und so, gehatet. Hier mit Zahnlücken-Johnny und alles. Aber, ähm, Revi hat dazu ja keinen Grund. Und der geht jetzt grundlos auf Sachen ein, die ihn eigentlich einen Scheiß-Trick zu interessieren haben. So, und, ähm, ich versteh's einfach nicht. Ich mein, Revi ist so jemand, da steht sogar, glaub ich, auf seiner Wiki-Seite. Der ist, ähm, ziemlich schnell aggressiv und so. Äh, vielleicht macht er das deswegen. Andererseits, ähm, geht er, ich weiß einfach nicht, was in seinem Kopf vorgeht. So, und, ich würde euch jetzt einfach kurz sagen, mich persönlich nervt es über, dass jeder einen Dis-Track machen muss. So, und das ist auch eigentlich dumm. Also, ich find das echt dumm. Ähm, ja, das war eigentlich nur so ein kurzes Video, weil ich das einfach loswerden wollte. Ähm, und dann bis zum nächsten Video. Haut rein, ciao, ciao.